Ich habe hier meinen kratzigsten Pullover für euch geschmissen. Ich muss sagen, der ist wirklich abnormal kratzig, aber man gewöhnt sich dran. Es ist kalt und ungemütlich draußen. Morgen ist Weihnachten. Ah, es ist so gemütlich. Ja, ich habe gelogen, hier ist nichts drin. Aber für das Feeling. Da morgen, wie erwähnt, Weihnachten ist, droppe ich morgen kein Video, weil es ja natürlich das Fest der Liebsten ist und ihr die Zeit genießen sollt, ohne dass ich euch dazwischen gerätschne. Aber deswegen kommt auch heute ein Video und zwar ein Special-Video. Danke übrigens für die zahlreiche Resonanz für die letzten Videos. Ich freue mich unfassbar doll über... never skip. Und worüber ich mich am meisten freue, ist, wenn ich Leute davon überzeugen kann, sich nicht ein Programm für 400 Euro zu holen. Oh mein Gott, Leute, ich sehe gerade durch Zufall, während ich dieses Video aufgenommen habe. Ich glaube es einfach nicht. Also Leute, es ist gerade eine wundervolle Nachricht passiert und zwar das E-Commerce-Programm von Erdem. Um selbstständig zu werden, brauchst du schon ein richtiges Coaching. Gibt es nicht mehr. Erdem hat es heute gelöscht. Gestern gab es das noch zufälligerweise. Das ist aber ein Zufall. Und heute gibt es das nicht mehr und ich werde euch verraten, warum. Ich kann nicht glauben, dass ich wieder darauf eingehe, aber leider muss ich jetzt darauf nochmal eingehen, weil man manchen Leuten einfach nicht helfen kann und man einfach mit so einer Keule auf die drauf einschlagen muss, damit die es einfach mal raffen. Und zwar ist ein Video aufgetaucht von unserem lieben Freund Erdem. Einen krassen Geschäftsmann, der dich und Sarah reich gemacht hat. Das ist das große Ziel, gemeinsam mit dir die 100.000 Euro in nur sechs Monaten zu verdienen. Und ganz viele andere arm gemacht hat. Meine Meinung. In diesem E-Commerce-Programm gibt Erdem oder Gab Webinare, wo er mit seinen Kunden geskypt hat und einfach mal mit denen geredet hat und die sich Tipps von ihm eingeholt haben für ihr krasses Geschäft. Da hat eine Kundin gefragt, ob er denn aktuell gerade eine Kampagne mit der lieben Sarah hat. Um selbstständig zu werden, brauchst du schon ein richtiges Coaching. A.K.A. Yusra. Und das war irgendwie Ende 2019, wenn ich mich nicht irre. Hast du mit der Sarah Secret gerade eine Kampagne? A.K.A. Yusra. Aber die funktioniert auch nicht. A.K.A. Yusra. Also das ist auch wieder so ein Blender. Die ist auch so ein Blender. Also das ist genauso wie in den meisten Fällen. Die hat mir das Gelbe vom All versprochen und meint so, alles, was ich bisher von dir gesehen habe, wäre dann bei den Dimpfletzern war scheiße. Ich mache das Beste von dir. Die hat keine 80 Beständungen in 24 Stunden hinbekommen. Das Lustige an der ganzen Sache ist, dass es im Internet verbreitet wurde. Daraufhin wurde das Ganze dem Erdem mitgeteilt. Und der, natürlich total selbstlos und einsichtig, kann ich sein, er wurde zusammengeschnitten. Und Sarah, um selbstständig zu werden, brauchst du schon ein richtiges Coaching. Die Psychologie studiert hat und Menschen durchschaut hat. Also ich habe Psychologie und Management studiert auf drei Sprachen. Die weiß, wie das Leben läuft, ne? Die natürlich Erdem durchschaut, ne? Diese Storys postest du um 4 Uhr morgens und löscht die dann wieder. Bitte geh doch einfach schlafen und poste nicht so eine Sch... Was für zusammengeschnitten! Was ist das für ein Zufall, dass er das jetzt gelöscht hat, damit man es nicht mehr nachschauen kann? Ey, du kannst es nicht offensichtlicher machen. Du hättest doch unbedingt einen einen Kurs löschen müssen. Das wär's doch. Warum löscht man den ganzen Kurs? Wer lügt? Wer bitte lügt? Es haben noch viel mehr Influencer mit Erdem zu tun. Auch die Leute, die es nicht wissen oder es vielleicht doch wissen... Der Moment, auf den ihr gewartet habt und mich schon zu spammt in meinen Nachrichten. Aber es denen egal ist. Zum Beispiel dieser Lash & Brow Booster wird nach wie vor promotet. Friseurzubehör24 wird nach wie vor promotet. Der Lash & Brow Booster ist nicht die Eigenmarke vom Friseurzubehör24. Es ist nur irgendeine Marke. Rafft man das mal, das wär schon peinlich, ne? Weil ich hab hier einen Nachbarn und die hören das, wie ich mich aufrege. Es ist ja schlimm genug, dass man andere Menschen belügt. Aber wie kann man sich selbst so belügen? Man lästert über andere Influencer ab, die man dafür bezahlt, dass sie Werbung für einen machen und nur, weil man unzufrieden mit ihren Leistungen ist, ist man direkt scheiße. Die ist auch so ein Blender. Also das ist genauso wie in den meisten Fällen. Die hat mir das Gelbe vom Ei versprochen. Übrigens, Yisra, Firmen wollen nicht mit dir zusammenarbeiten, weil Server abstürzen, weil du Werbung für sie machst. Ich lüge nicht, ne? Es gibt Kooperationen, das ist kein Witz, die Kooperationen mit mir zum Beispiel absagen, weil sie sagen, wenn du die Werbung machst, kommt zu viel Ansturm und wir können das mit unserem Lager nicht aufbringen. Ach, kann ich mir, ne? Gerne gebe ich euch noch ein paar andere Updates auf Instagram, denn ich habe noch ein paar interessante Sachen rausgefunden. Aber ehrlich gesagt, es lohnt sich einfach nicht mehr. Es lohnt sich einfach nicht mehr, das hier auf YouTube zu präsentieren, weil irgendwann sind meine ganzen Videos voll mit Yisra. Und ehrlich gesagt, habe ich auch noch ein paar andere Leute im Visier. Und ich möchte ehrlich gesagt meine Zeit denen widmen und nicht sowas. Deswegen, Leute, springen wir einfach mal weiter und ich gehe auch mal ein paar weitere YouTuber ein, denn wir wollen jetzt auch nicht zu böse sein und die ganze Zeit die Yisra und den Erdem runter machen. Ich meine, ja, Erdem hat seinen 400 Euro Kurs gelöscht und ja, die 400 Euro sind jetzt weg, weil der Kurs ist auch weg und man kann sich den Kurs zufälligerweise nicht runterladen und deswegen ist jetzt alles komplett weg. Ich glaube, das ist irgendwie gar nicht richtig korrekt, oder? Und deswegen kommen wir zu ein paar lustigen Dingen, die einen nicht so krass aufregen, aber auch ein bisschen aufregen. Und zwar habe ich so immer so ein paar YouTuber, die ich auf YouTube beobachte und mir so anschaue, okay, wie ist das jetzt so bei denen? Haben die sich jetzt ein bisschen weiterentwickelt oder eher nicht so? Sind die immer noch Müll? Dabei ist mir ein Video aufgefallen von Dads Big hier. Kann aber nicht, wenn die sind, diese Tage, die sind Horror für mich. Das ist genau so ein Typ wie Erdem, den kennt man irgendwo her, aber was der so richtig macht, weiß man einfach nicht. Hilfen wir noch die Hilfe, bitte. Aber was dieser Typ macht und was auch immer auf YouTube funktioniert, sind Beziehungen. Dann hat er ein Video gepostet, die Wahrheit über meine Beziehung. Ich war schon bei Cheyenne und wem auch immer damals geschockt. Also wir haben Schluss gemacht. Lieblingspaar forever, ne? Aber jetzt dachte ich so, nein, das kann doch nicht wahr sein. Sind die jetzt ernsthaft getrennt? Wie lange bist du mit deiner Freundin schon zusammen und wie seid ihr überhaupt zusammengekommen? Bro, ich sag dir so, wir sind schon über zwei Monate zusammen. Erstmal was? Über zwei Monate? Ey, meine Großeltern sind bald 50 Jahre verheiratet, ne? Wieso habe ich das Gefühl, dass Dads Big hier Beziehung krasser ist als die von meinen Großeltern? Wir kennen uns schon länger halt, als zwei Monate. Da stellt sich doch mir trotzdem die Frage, was ist das für ein komisches Thumbay? Warum? Von einem komischen YouTuber zum anderen und zwar... Halt deinen Mund! Armin und Sarah. Armin ist für mich noch ein Erdem, weil der Typ hat auch eine Firma. Nicht böse gemeint, ne? Aber der kommt so... Ach. Mein Gefühl trügt mich nicht. Oh, Junge, musst du das wieder rausholen? Auf jeden Fall, Sarah und Armin, habe ich schon öfter auf dem Schirm gehabt. Zum Beispiel in diesem Video hier, ey. Ich habe mir das letzte angeguckt, ne? Das Video kann ich euch auch sehr ans Herz legen. Allgemein, all meine Videos. Alle Videos ab 2019, sagen wir lieber so, okay? Auf jeden Fall, die Videos von Armin und Sarah sind so... Ja, man schämt sich ein bisschen. So ein bisschen schämt man sich so, wie bei meinen früheren Videos. Hallo Leute, willkommen auf meinem Kanal! Man schämt sich einfach ein bisschen mit, weil es sind so Pranks, die echt hingerotzt sind. Die machen gar keinen Sinn, diese Pranks. Ich lüge vor meiner Freundin, um zu sehen, wie sie reagiert. Emotional. Okay, das Video muss richtig gut sein, wenn es emotional ist. Schön im Titel lesen. Ich habe es mal wieder geschafft, Sarah zum Beinen zu bringen. Ich bin absolut nicht stolz drauf. Also der Sinn dieses Videos ist, dass die Fragen beantworten und er lügt sozusagen und sagt die Unwahrheit. Was glaubst du ist unsere größte gemeinsame Stärke? Also das ist so eine gemeinsame Frage. Gibt es eigentlich nicht. Das ist so romantisch, oder? Gibt es ein Thema, über das du ungern mit mir sprichst? Machst du? Mach doch einfach weiter! Dieser Typ hat fast so viele Abonnenten wie ich. Wisst ihr, was noch peinlich ist? That's big here hat 5000 Abonnenten weniger als ich. That's big here. Was macht er für Videos? Die Wahrheit über meine Freundin? Ich lese Kommentare über meine Freundin? Irgendwas mit meiner Freundin? Mach ich was falsch? Egal. Auf jeden Fall kommen wir jetzt zum Grand Final. Gibt es ein Thema, über das du ungern sprichst? Einst du gerade? Ne, mir hat es gestochen. Und dann kommt die krasse Auflösung. Leute, haltet euch fest. Ich habe es fast nicht mitbekommen, dass es eine Auflösung war. Das ist ein Prank. Ein Prank! Ich war gleich vor Wut, ich bin richtig sauer. Was ist das für ein Scheiß-Video, was ich mir gerade angucken musste? Du musst immer so oft mitbleiben, ne? Ich habe mich extra geschminkt. Er nimmt sie halt einfach nicht mal selbst ernst. Maske von anderen Mädchen im Auto-Prank. Hier nimmt Armin eine Maske. Und ich muss sagen, dieser Typ ist sogar fast schlau. Der macht da ein bisschen Make-up rein, damit es sogar echt rüberkommt. Ich werde sie jetzt hier quasi ein bisschen, ja, Make-up einbecken. Und dann kommt Sarah. Äh, ja doch. Alle heißen Sarah, ne? Ist ja verrückt. Er kündigt es anders im Vlog. Hat im Vlog gestartet. Hi, Franz, es geht. Und seltsamerweise findet Sarah auf einmal direkt diese Maske und die streiten sich direkt. Pinte Maske. Das ist doch nicht deine. Ich habe meine hier. Die liegt da schon seit zwei Monaten. Ich trage auch nur die Maske. Die liegt da schon die ganze Zeit. Während das Handy weiterläuft. Ich habe meine zu Hause vergessen. Ja, wen gehört die dann? Boah, ich kann nicht mehr, ne? Wissen Sie, Leute, wie das für mich aussieht. So, ey, Sarah. Ja, noch 20 Minuten, ne? Bitte lasst uns ein Video drehen, weil ich muss heute noch eins raushauen. Lasst uns einfach das schlechteste Video der YouTube-Geschichte drehen. Ich habe nicht meine Kamera, nehmen wir einfach mein Handy. Scheiß darauf. Ich rotze da jetzt einfach irgendwas hin und dann lade ich es hoch. Und dann ist der Prank rausgekommen. Das ist ein Prank. Das ist ein Prank. Wissen Sie, Leute, ich wollte einfach... Boah, ich kann nicht mehr, ne? Das hat sich jetzt zu dem letzten Jahr nicht unfassbar viel getan. Es ist sogar schlechter geworden, meiner Meinung nach. Also, Armin und Sarah, bitte einfach mal mehr Mühe geben. Aber ich bin euch dankbar, dass ihr nicht meine Videos sperren lasst. Ach, bestimmt wissen ihr gar nicht, wie das geht. Das sind richtig krasse, gute YouTuber. Die stört es auch einfach nicht, ne? Einfach straight dran vorbei. Falls was ist, schreibt mich bitte nicht an. Aber ich bin dankbar. Ich hoffe, dass Let's Bake hier sich ein Beispiel nimmt an Armin und Sarah. Und ganz viele Pranks raushaut, auf die ich dann reagieren kann. Kann aber nicht mehr diese Tage, diese Horror für mich. Oder ansonsten hoffe ich, dass das Video euch gefallen hat. Ich würde mich natürlich freuen über einen Daumen nach oben. Schreibt mir gerne was in die Kommentare. Vielleicht sowas wie, ey, Sascha, mega krassiger Pullover, aber krass, dass du es durchgezogen hast. Und dann sehen wir uns wahrscheinlich Sonntag, wenn ich bis dahin nicht geplatzt bin vom Weihnachtsessen. Fröhliche Weihnachten! Tschau!